Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Andrea, was ist los? Du siehst ja aus wie eine Nonne. Ja, genau das möchte ich auch sein. Was soll das heißen? Schon wieder? Es war so ein schöner Abend. Und romantisch auch. Aber als er mich nach Hause gebracht hat, hat er mich angeschaut und gesagt Andrea, aber ich musste sagen nein, wir können das nicht machen. Bitte, es ist zu gefährlich. Er packte mich, presste seine Lippen auf meine und bekämpft den Rest. Stromschlag? Mir reicht es einfach. Ich totte jedem Mann. Ich totte jedem Mann, weil ich immer unter Strom stehe. Und heute an versicht ich auf Männer. Und ich will auch kein Superheld mehr sein. Obwohl du in Latex echt gut aussiehst. Und die Leute brauchen euch. Drei. Doktor Rath und seine Salisten-Gang bedrohen die Stadt. Tschüss. Hallo Statico. Yeti ist ja wieder zu superiyoruz. doch sehr gut ist. Buti ist das klar.